Musik Willkommen zum Wochenrückblick bei ZCMTV BKF, Ihrem Burgenland-Sender. Seit kurzem werden Sie täglich bei uns durch die Sendung Burgenland Aktuell über das Tagesgeschehen informiert. Musik Mehr als 1700 Kinder und Jugendliche stellen vom 26. bis 28. April beim landesweiten Jugendsingen im Schloss Esterhase im Heidensaal ihr Gesangstalent unter Beweis. Insgesamt werden an diesen drei Tagen 60 Chöre um die Wette singen. Eine Fachjury beurteilt die Chöre. Die Bestqualifizierten aus den Bundesländern treffen beim österreichischen Bundesjugendsingen im Juni aufeinander. Am Freitag stehen dann das Siegerfest. Zum 30. Mal wird heuer der Landesblumenschmuckwettbewerb unter dem Motto Burgenland blüht auf durchgeführt. Breite Allianz vor der Transparenz und Aufklärung in Sachen Krags. Die Vorgänge in der Krags werden immer mehr zum Skandal. Daher beantragt die Opposition eine Sonderlandtagssitzung und fordert volle Transparenz und Aufklärung. Betonen die Landtagsabgeordneten Christian Sagatz ÖVP, Regina Petrik Grüne, Manfred Kölle Liste Burgenland und der Parteifreie Gerhard Steier. Die Opposition im burgenländischen Landtag beantragt geschlossen einen Sonderlandtag zum Thema Krags. In dem Sonderlandtag wird ein Antrag gestellt, der es dem Landesrechnungshof erlaubt, die Krags zu prüfen. Zusätzlich wird eine dringliche Anfrage an den Landeshauptmann Nissel und Landesrat Tarabos gestellt, in der sie die Vorgänge bei der Krags erklären sollen. Gesundheitslandesrat Mag. Norbert Tarabos steht dem Vorhaben der Abhaltung eines Sonderlandtages gelassen gegenüber. Die burgenländische Landesregierung hatten bereits beschlossen, vor der Oppositionsparteien den Bundesrechnungshof, die Prüfung der Krags und die Kauser Schnedel explizit zu erweitern. Urbanengarten in Mattersburg Ein einzigartiges Projekt ist von der Stadtgemeinde Mattersburg gemeinsam mit der Polytechnischen Schule gestartet worden. Die Schülerinnen und Schüler haben gemeinsam mit den Lehrerinnen und Lehrern die Grundlage für den ersten mobilen urbanen Garten in Mattersburg gelegt. Ein gemeinsames Projekt der Stadtgemeinde Mattersburg mit der Polytechnischen Schule beschert dem Wohnblock in der Wiener Straße vier Hochbeete. Heute wurden diese vier Hochbeete aufgestellt, mit Erde gefüllt und auch einige Pflanzen gepflanzt. Der Sinn des Ganzen ist es, Bewohner der Anlage zu motivieren, selbst Gemüse anzubauen. Jeder, der ein wenig gatteln möchte, ist dazu eingeladen. Heute hier das Projekt mit dem Polytechnischen Schule von Mattersburg mit den Mädchen und Jungs, die eigentlich hier Hochbeete selbst gemacht haben. Und jetzt wird so quasi das Gatteln im öffentlichen Raum umgesetzt, indem sie heute Pflanzen setzen, dass die Bewohner, die hier in der Anlage wohnen können natürlich auch oder werden drauf schauen und können natürlich auch hier mitarbeiten, können mithelfen beim Pflanzen, beim Pflegen und natürlich beim Ernten. Und ich finde das ein ganz tolles Projekt, was das Poly hier in Mattersburg macht. Und ich darf mich bei den jungen Leuten ganz, ganz herzlich bedanken für diese Umsetzung. Also das Projekt, das war jetzt auch ein Zwischenab zwischen unserer Schule, der BTS Mattersburg und der Gemeinde Mattersburg. Und das ist halt die, was in Werken oder Holzbau in der Gruppe sind, haben das Bett gebaut und die andere Gruppe, die Dienstleister, haben die Pflanzen und alles gemacht. Also wir haben in Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Mattersburg, haben wir ein bis dato einzigartiges Projekt in Dunenland gestartet. Das ist dieses Urban Gardening. Das Ziel ist es, die Bewohner von dieser Siedlung einfach zusammenzubringen beim Gatteln, gemeinsam Gatteln. Entstanden ist das Projekt in der Schule. Auch bei uns in der Schule in der BTS Mattersburg steht ein Hochbeet. Und im Gespräch mit der Frau Bürgermeister haben wir dann dieses Projekt Urban Gardening entwickelt. Wie viele Hochbeete entstehen hier in dieser Siedlung? Wurden in der Schule von jedem Fachbereich geplant. Also im Fachbereich am Büro wurden Angebote eingeholt. Die technischen Fachbereiche wie Holzbau und Metall haben die Holzhochbeete geplant und geschaut, welches Material günstig ist. Und die Dienstleister haben in Zusammenarbeit mit unseren Biobauern die Pflanzen ausgesucht, die ersten Samen in der Schule gesetzt und die Pflanzen gezogen, damit man sie hier einsetzen kann. Gemeinde Kronik Neuerfel. Wissen Sie, wo die SPÖ gegründet worden ist? War das in Österreich oder doch in Ungarn? Antworten auf diese und viele andere Fragen finden Sie im neuen Buch Gemeinde Kronik Neuerfel von Herbert Radl. In Neuerfel wurde im Rudolf Steiner Kulturen Seminarzentrum Boerswiller die Gemeinde Kronik vorgestellt. Zu dieser Präsentation gab es dazu eine Ausstellung. Die Kronik umfasst den Zeitraum von der Jungsteinzeit bis zur Gegenwart. Herbert Radl, Verfasser der Kronik, spricht über einige Besonderheiten des Ortes, zum Beispiel, dass die SPÖ Neuerfel gegründet wurde. Neuerdorf, Dorf an die Grenze. Ein interessantes Buch geschrieben von Norbert Radl. Dem habe ich jetzt bei mir. Und gleich meine Frage, wie sind Sie auf die Idee gekommen, zu schreiben Dorf an die Grenze? Neuerfel war ja bis 1921 Ungarn und liegt direkt an der damaligen Staatsgrenze. Die Leiter, der Fluss, der durch Neuerfel durchfließt, war eben bis 1921 Staatsgrenze zwischen Österreich und Ungarn. Und diese Staatsgrenze hat den Ort sehr geprägt. Wir haben dadurch immer den Anschluss an Österreich gehabt als Ungarn und umgekehrt waren wir immer ein deutsch sprechender Ort. Daher haben auch viele Österreicher, die in Ungarn präsent sein wollten, sich in Neuerfel niedergelassen. So haben wir sehr viele Industriebetriebe hier bekommen. Aber wir haben auch so Besonderheiten, wie zum Beispiel, dass die SPÖ Österreich in Ungarn gegründet wurde, weil sie damals in Österreich verboten war. Sind sie nach in das nahe Neuerfel ausgewichen und haben 1874 hier im Ort zum Beispiel die SPÖ gegründet. Solche Besonderheiten gibt es eben im Dorf an der Grenze. Und das Ganze habe ich in der Chronik niedergeschrieben. Eröffnung Gesundes Eck in Mattersburg Gesundes regionales Obst, Gemüse oder Eier gibt es seit neuestem auch in Mattersburg. Heute wurde das Gesunde Eck in Mattersburg eröffnet. Das Konzept des Gesunden Ecks bietet umweltbewussten Kunden, neben dem Einkauf von frischen Bioprodukten direkt vom Hof und saisonal bedingt, Gemüse, Obst und vieles mehr. Auch die Möglichkeit zu laufenden Informationen, Workshops rund ums gesunde Brot, Kräuter, Seifen, grüner Kosmetik und einem gemütlichen Plausch. Dabei werden sowohl eigene Produkte als auch Produkte anderer Biobauern zum Genuss und Verkauf angeboten. Regionale Schmankerl, ganz ohne Umwege. Jetzt machen wir weiter mit den Kurznachrichten. Landesparteiobmann Thomas Steiner besuchte die Firma Oecke in Hirn und belohnte die fleißigen Mitarbeiter mit seiner Aufmerksamkeit. Leistung muss sich wieder lohnen. Es muss einen klaren Unterschied zwischen Arbeitseinkommen und der Sozialleistung geben, ist die ÖVP überzeugt. Unbekannte stahlen Montagvormittag von einem Pkw, der im Gemeindegebiet von Gattendorf abgestellt war, alle vier Reifen. Die Demontage erfolgte ohne Holzböcke. Es wurde lediglich unter der Vorderachse ein alter Reifen samt Stahlfelge platziert, die Polizeigattendorf ermittelt. Auf Initiative von Klubobmann, Stellvertreter, Landtagsabgeordneter Walter Temmel und Vizebürgermeister Michael Kopf fand in Stegersbach eine Gedenkveranstaltung für Landeshauptmann Außerdienst Johann Wagner anlässlich seines 120. Geburtstages statt. Viele ÖVP-Mitglieder waren bei der feierlichen Enthüllung Senesa Lelievs von Johann Wagner dabei. Zum 1. Mai stellen sich die SPÖ Frauen Burgenland einmal mehr die Frage, welche Themen für die Frauen besonders wichtig sind. Der 1. Mai spielt für die SPÖ Frauen nach wie vor eine wichtige Rolle. Wir wollen Arbeit schaffen und somit Wohlstand sichern. Wir stehen uns den Herausforderungen der Zeit und lassen die Frauen im Land nicht alleine. So Landesfrontvorsitzende Landesrätin Verena Dunst. Ausführliche Berichte und Filmbeiträge zu diesen und anderen Themen finden Sie auf unserer Seite. Und zum Schluss kommen wir zu den Veranstaltungshinweisen. Die Komödie Ein Mann spielt verrückt findet auch Anfang Mai im Kommunikationszentrum unter Frauenheit statt. Alle Aufführungstage finden Sie auf unserer Seite. Rosalia Radwandertag, Martersburg Am Sonntag, 7. Mai 2017 findet der Rosalia Radwandertag mit Start und Ziel in Martersburg statt. Die Gugelhopf-Aktion von Bürgermeisterin Ingrid Salamon geht in die dritte Runde. Auch heuer heißt es am 12. und 13. Mai von 9 bis 12 Uhr. Komm, kauf oder bring einen Gugelhopf zum Veranstaltungsplatz in Martersburg. Der Rhein-Erlös wird dieses Jahr dem ProMente Haus Martersburg zur Verfügung gestellt. Weitere Veranstaltungen finden Sie auf unserer Seite. Das war es wieder für diese Woche. Vielen Dank für Ihr Interesse und eine schöne Woche wünscht Ihnen Ihr CCM TV Team Burgenland. Die Gugelhopf-Aktion von Bürgermeisterin Ingrid Salamon Die Gugelhopf-Aktion von Bürgermeisterin Ingrid Salamon